Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Die Poké-Presence ist nun vorbei und in der Presence haben wir ein Geheimgeschenk bekommen, das wir uns bis Montag, den 18. September um 14.59 Uhr abholen können. Und zwar wäre das Mew. Denn wir haben in der Presence die Ankündigung für das Terra Raid Mewtwo bekommen und nun können wir uns dafür ein Mew auf Level 5 abholen. Dazu verbinden wir uns zuallererst hier mit dem Internet. Wenn ihr euch mit dem Internet verbunden habt, geht ihr rüber zum Poké-Portal und dort angekommen geht ihr dann runter zu Geheimgeschenk. Dann per Seriencode Passwort empfangen und nun gebt ihr folgendes ein. Und zwar Get Your Mew. Ganz wichtig, das O wird hier durch eine Null ersetzt und dann suchen wir nach unserem Geheimgeschenk. Deine Eingabe wird überprüft, bitte die Konsole nicht ausschalten. Es wird nach Geschenken gesucht, das mysteriöse Pokémon Mew. Das holen wir uns hier ab, Geschenk wird empfangen und ja, schauen wir uns das Mew nochmal an danach, weil der Terra-Typ ist random, den wir bekommen. Das ist auch noch sehr interessant hier zu gucken. Dann wird es auch noch unsere ID haben und es wird hier auf Level 5 sein. Und hier haben wir unser Prachtstück Mew. Du erhältst Mew, überprüfe deine Pokémon-Boxen. Alles klar. Und hier haben wir unser Mew, Wesen-Froh, war ja auch random. Und es hat hier drei perfekte DVs, also Verteidigung, KP und Spezialverteidigung mit Sensationell. Und es hat hier den Terra-Typen Psycho tatsächlich. Also der Terra-Typ ist ja komplett random, den das Mew hier haben wird. Und ausgerechnet Psycho ist schon mal sehr, sehr interessant. Dann hier Level 5 in einem normalen Pokéball. Psycho-Schock, Sternschauer, Lichtschild und Lebenstropfen, Fähigkeit Synchro, Frohes Wesen, wie schon gesagt. Und ja, Herkunft netter Ort. Und es hat hier auch unsere ID, wie schon gesagt. Und als Band trägt es das klassische Band. Und ja, Freunde, holt euch das Mew auf jeden Fall ab. Das wird sehr interessant gegen das Terra-Rate Mewtwo. Trainiert es, werdet damit erfolgreich. Und ihr könnt es, wie schon gesagt, bis Montag, den 18. September 2023 um 14.59 Uhr deutscher Zeit erhalten. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.